Bitte stecken Sie 50.000 Euro in eine Tüte und reagieren Sie ganz natürlich. 50.000 Euro. Ich habe natürlich nur die Tageseinnahmen hier. 40.000? 30.000. Vielleicht 1.000, 1.200. Eine Waffe ist auf Sie gerecht. Ah, eine Waffe! Da steht aber Waffe. Nein, Waffe. Das ist ein L, kein E. Ja gut. Bitte stecken Sie 50.000 Euro Tageseinnahmen in eine Tüte und reagieren Sie ganz natürlich. Eine Waffe ist auf Sie gerichtet. Das ist ein Überfall. Was ist denn nun los? Gehen Sie weiter! Gehen Sie weiter! Sie sind doch nur gebreit. Wo kommt sie her? Von der Stadt. Wir lassen uns nicht verführen. Nur von den Unteroffizieren. Halt doch mal still! Das sieht ja alles so schrecklich gleich aus. Ja. Hier ist auch alles gleich. Dann musst du Englisch lernen, mein Schatz. Ach, ich bin nur gegründet. Ich bin nur gegründet. Das ist ein Land, in der Indien. Ich bin nur gegründet. Das ist ein Land, in der Indien. Kein Gegründet. Wie alt bist du? Ich bin 24. 24 Jahre. Ja. UK, India, UK, USA. Ja. Du hast eine Freundin? Für alle meine Waffen? Ja, Possibly.